Hallo und herzlich willkommen zueinander im Folge von Let's Play Twilight of the Stone und äh... Ja, das war eine fixe Ansage Auf, sag mal, welche Karte Habe ich dir gesagt Ja, ne, das war die Begrüßung Oh, da hat jemand das Licht rausgemacht Und da hat jemand ne Karte nicht auf dieser Karte Ne Karte nicht? Ja Hans Kanz, warte Hans Kanz, aber er kann Wie kacke kann man eigentlich sein Lalalalalala Den Detective erschossen Nein, steht bloß oben rechts Nein, da steht, dass den gefunden hast Genius Ja, ich hab ihn Okay, hier liegt die Leiche vom Detective Oh, das ist kein gutes Zeichen Also bist du okay Na fuck Na fuck Uh Hey Hey, hey, ich wollte mitfahren Ach du Hutbolzen Oh mein Gott, oh mein Gott Wenn du runterfährst, derjenige der da ist, ist es Wer ist es denn? Ich hab den Namen nicht gesehen Ich bist tot Lass mich rein, lass mich rein, bitte 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 Was ist denn hier? Oh, er ist da nicht mehr drin Peter, was ist denn hier? Hm Ich glaub ich bin alleine Nope Ah, ja, gut Nein, ich bin auch kein Trailer, ich hab exig Jaja, der weiß ich weiß ich Aber Bist du Schalter? Nein Wer ist denn dann Trailer? Ah Ja, derjenige der da unten im Keller war Ja, das weiß ich aber nicht Wer da unten im Keller war Ja, das muss äh Ich glaube es war Hans Ne, Hans Kanz ist es Es kicht so Ne, doch es ist Hans Kanz glaube ich Oder das bist du Ne Oh, ne Bitte nicht Ich geh lieber hoch Irgendwie ist es mir irgendwie zu 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 Das Niveau ist zu tief im Keller Hm Ich glaube ich erschieße einfach Hans Kanz, wenn ich ihn sehe Oh, ne Ich mach jetzt einfach eiskalt Oh, ne Rewis, wo bist du denn? Unten Ah, okay, das reicht mir schon Ach man, Rewis hat auch ne Sort of, das war voll mies Warte mal Jetzt war ganz im Ernst Hat das jemand auf Aufnahme Ja Ja Alles Zweimal übrigens Ja, ihr habt auch beide mal auf Aufnahme So, was war denn? Oh mein Gott, der hat's verpasst Ich war doch am Leben Der war zu, der war zu doof Der war am Leben Der war am Leben Er war am Leben Er war am Leben Er war in die Treppe runtergejumpt eingeschossen Da ist er dann gar nicht direkt Wie ich mich Wie ich mich dann angeschlichen hab Du warst aber die ganze Zeit meilenweit von allen anderen weg Ja, das wusste ich Ey, hier steht die Bank von Inferno, Alter, guck dir das mal an Inferno, Inferno Rewis, bei mir hat der zweite Schuss irgendwie nicht abgesetzt Ey Rewis, ohne Spaß Das ist die Bank, die in Inferno in der Mitte steht Mhm In dieser Nische drinnen Das ist ja sonderbar Sehr, sehr sonderbar Grüß, 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 grüß Grüß, 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 grüß Hast du Glück gehabt? Ja, ich wusste ja irgendwas sagen Du hast ja Glück gehabt Ja, ja, als auch Oh, nein Wirklichkeit wird sich jetzt nur pru- Äh, pru- 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 Gesundheit Ne, ne Du, dann gucken wir mal Wir haben ja hier noch ein paar andere Möglichkeiten Da ist schon wieder einer zu doof gewesen zu laufen Ich würd sagen, das war Handplan Shit Oh, wann war Alter Äh Wann war es schon mal tot? Ach so Wann war, hast du mich gefällt? Ja, aber ich hab Ich war Wann veraktiviert random die Die Ne, 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 ich hab dich gesehen Ich hab dich gesehen Ach, du hast mich gesehen Ja Ich war in diesem kleinen Gang da in dem Luftschluss Andy, das war wirklich Ach so, das wurde eben weich Ich wollte genau da runter springen Was war's? Genau in dem Ich wollte mich drauf springen sterblich Ich war's recht Ich war's recht Ach, schade Ich war's Ich war's Ich war's Pro Kugeln Ja Ja, das stimmt Ja, das stimmt 12 Kugeln pro Kugel 10 damage Ich hatte die Dann machst du maximal 120 Wenn eine Kugel daneben geht Aua Hast du verkackt Gut, aber ich stand ja ziemlich nah Also Das war jetzt echt fies von dir Creeple Das muss ich schon mal sagen Aua Alter, diese Kugel Hast du gerade geshoppt? Alter, geh ich? Was war's? Ich glaub du hast gerade geshoppt Ganz ehrlich Warte mal, ist es Ist es ein Grund? Ist es Ja Shoppen ist eigentlich kein Grund Außer es ist wirklich offensichtlich Aber Es war nicht offensichtlich Der Schacht hat sich nicht bewegt Und dann als ich kam Hat er sich auf einmal ruckartig rumbewegt Ich bin davon gelaufen Ja Das ist ja noch schlimmer Weil mich ärgert mich die ganze Zeit Okay, ich bitte Ein Echse Ey lass mich vormann Geh ich? Ich hab gerade den Trader gekillt Geh ich? Achso Geh ich? Hast du geshoppt? Ja Naja Der stand mitten im Lüftungsschacht Er hat sich nicht bewegt Und auf einmal hat er sich da bewegt Der sieht aber nie aus wie ein Trader hier Der, der im Lüftungsschacht liegt? Ne der hier Den hat er wahrscheinlich dann gekillt Ne der hier Dein weißen Hemd Dein blauen Hosen Achso Da wo das ganze Buch ist halt Ey Creeple ist 427 Das Büro sieht aus wie von Stanley 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 Cooper Oder was? Ah ne Stanley Kubrick Heißt der Boah Ach man ey Das ist eigentlich Office Building Ist das eigentlich Stanley Parable Brude? Hallo gehört Nein Exe Nein Exe Nein Exe Nein Exe Nein Exe Doch das kommt hin Doch das kommt hin Nein Exe Nein Exe Nein Exe Nein Exe Ich bleib bei dir komm ich nicht Ich zünde Disco Ja Nein Exe Nein Exe tu ichs nicht Exe Hast du Vertrauen Ich hab nicht meine Waffe in der Hand Boah Ich hab nicht meine Waffe in der Hand Trust me ich habe mir Exe Nein Exe Ach du bist Hast du Vertrauen komm Ich seh ich seh du Ich weiss nicht was für eine Waffe du hast Das hat bei mir eine Arrow Ich guck nur nach rechts Ich seh ich rück Erro Exe Das ist für ein Arsch Alter Hast du Exe? Ich weiss nicht was ist das für eine Waffe Ey wann war das war grad geil oder Das muss so zugehen Falker ist das Was? Wann war es dir sie aufgefallen? Warte so Hä? Ne das verstehe ich nicht warum er mir die Waffe jetzt eine Arrow hat ey Gicht Hallo Hallo Das ist Exe ne? Ja Habe ich so Habe ich zumindest so jetzt gehört Ja Wann war es ja anscheinend ein bisschen tot Bisschen Also Wann war lebt noch Also für eine Für eine schallgedämpfte AK Das ist nicht für mich laut Das war ein Au User hat deinen Kanal Oh er hat mich geändert Hallo Guten Tag Wie ist es mich eigentlich im Traitor Raum? So als Frage Damit sich Wann war nicht so ausgeschlossen FÜÜT Das war Wahnsinn House-Hresse-House-Hase-Hresse-H meter Der frech… äh Ist die ganze Leichenstraße Du bist noch im Leben Ja Ich werde jetzt tun nichts permetentum antworten wo ich bin Der ist jetzt am Ende von so einem Der ist jetzt klein Ok Der hat sich klein hört sich schon wieder an die... ich hab echt grad kein... ich hab echt grad ein Problem Eine Frage, wie heißt denn das Passwort vom Server? 1, 2, 3 Ihr seid echt genial Leute, ihr seid echt genial, ja, ich würd's ja sagen Ist ja egal, ist ja scheißegal, das du musst doch dann eh wieder ändern Wo ist denn der Mini-Fuzzi? Ja, warte Ich dachte, dass wir so ein DS schneiden Wir ändern das Passwort dann eh... eh wieder zurück Ja, komm mit... Ach du Hä? Ganz ruhig an, ihr wisst nicht bei den Terroristen Wir ändern das Passwort doch eh... Ja, ich hab gedacht, wir ändern das Passwort doch eh... ach du Ja, irgendwie... Hä? Ich hab gedacht, wir ändern das wieder ein Fotzengewitter Och Das war der Kampfschrei Ach... 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 Wo bist du Muschiklaus? Ich schwind' dich auch nicht. Achso, net. Echse, super. Das ist echt das Schlechteste. Kämpfst du dich, oder was? Nein, hallo? Ich kann doch nichts dafür, dass du ein Navi von einer Schwiegermutter hast. Habt ihr auch das Problem? Immer wenn Andy redet, hör' ich nur Achö! Wie kann das denn sein, dass das kack Ding hier nicht aufgeht? Echse, ganz ruhig, ganz ruhig. Achö, das nennt sich Tür. Achö, das Ding hat Klinken. Das ist nicht meine Tür gewesen. Achö, man, vielleicht geht's dann auf. Wenn Andy stoppt, geht's achö! Sorry, Hans, ich kann... Ich muss das alles machen. Oh, net. Achö! Achtung! Fuck, jawoll! Der Russe ist tot! Oh, Mann. Wieso ist die Runde noch nicht vorbei? Aber, Mann, du hast gar nicht gecheckt, dass ich dir die Ding geklaut hab. Ja, eigentlich nicht. Ich hab sie genau in dem Moment, wo du dich beim letzten Mal weggedreht hast, hab ich die geklaut. Ah, ok. Wo? Deswegen hab ich dich auch weggeklaut, bevor du das merkst, aber es wär witziger gewesen. Ja. Gicht kommt einfach nicht drauf klar. Nee, das ist echt so. Alter. Ich bin... Die Aufnahme ist richtig geil. Schön, dass du mir wirklich den Wunsch erfüllen wolltest, dass es Wann war so sein soll. Ich muss mir das... Ich muss mir das nochmal anhören. Mach doch mal so einen Song draus. Mir wird das Ding sogar ziemlich Zeit lang. Oh, das kriegen wir hin. Ey, Wann war so wie aus meinem Hals... Dein Maul kannst du auch machen. Ja, genau. Das krieg ich hin. Ja. Müsst ihr mir nur nochmal nach dem Vorgesang. Also immer wenn jetzt einer in der G-Hat zündet, machen wir nicht Jalalalala, sondern... Ach so! Dein Maul! Der Klassiker. Hast du mich schon getötet? Wann war's? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Das Ding hier konnte ich eh nicht öffnen. Warum auch immer? Die Maps haben wir aber schon länger. Die haben wir schon mal gespielt. Das find ich schon ein bisschen fies für dir, ne? Hä? Oh, geh die Tür auf. Ist mir egal. Warum gehen Türen auf, Andi? Wer kommt denn da noch nicht drauf? Ja, grievous. Hallo, grievous. Ja. Ist das so echt geiler zu sagen? Ja, aber irgendwas... Wärst du ja irgendwie mitten im Satz auf einmal auch... Rrrr. 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 Von meiner Web überhaupt nicht gesagt. Oh! Andwa. Ne, grievous ist das. Ja. Fick schnitt zur Ecke. Ach nee, Andi hat da gerade erschossen, Leute. Juhu! Oh, ihr killt euch schon wieder. Andi, warum killst du einfach den Kunden da vor meinen Augen? Der hat geschoppt, Junge. Der hat geschoppt? Ja. Ja. Unlopensicher schoppt. Ich bin es zu Ende. 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 Ach so du... Hey, wer ist es bei mir? Ah, du schießt an die Decke? Ja gut. Ja gut. Welche ist hier auch auf dich, überhaupt eine scheiß AIM. Ich hab auch an die Decke geschossen. Oh, da gibts ne FY. Ne alles falsch, das wär egal, geht auch. Hup ab hier! Hast du grad geschoppt? weiß ich. Ach, willst du was? Bis dahin! Weg! Wow! Wie ist denn das Ding grad weggefetzt? Tisch! Hier, soll jemand was zum spielen haben? wuhr was willst du denn? zu stresst? du bist in der Shopper Ecke das kommt noch auf der Straße klirrt was? Fick Schnitze Ecke? warte ich geh die Ecke rein, da steht Fick Schnitze Ecke ja jetzt weißt du wo du gerne hink gehst WTF geh... ey, Johann, geh mal rein geh mal rein, geh mal in den Raum rein da steht Fick Schnitze Ecke komm komm, 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 hau drauf genial oder? ich geh tauchen los Rocky komm mit auf zum Schacht ins Wasser wenn da gleich Süßigkeiten rauskommt ja genau, schöner linker Haken da kommst du nicht großartig weiter leider du willst das hier trinken oder was? nee, ich bin auch untergetaucht komm, 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 hier ein Schnalzer ja, richtig so Alter, war das knapp das war knapp oh hä? wär der Aufzug eigentlich, oder? ja oha warte mal warte mal sicher bist du Traitor? ja, klar bin ich Traitor so, ab in den Akten du musst nur mit dem... was, was? ich hab, ich hab doch Hans ganz mal zu den Akten gelegt, ne? oh ne, das war das mal oh, echt? war das Auge in der Ecke? ich hab den aus den Akten gelegt, wann war das? ja, ich geh mal da rein, dann steht da Fickschnitzel naja, was ist denn? hab ich schon mal gesehen, ja du hast grad geschoppt übrigens ja, ich? ja, wer sonst nein! hab's gesehen ich hab's nicht geschoppt hier, 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 komm her na, das sah aber so aus da, ich hab ihn mal zu den Akten gelegt Wad mal, ist es! Wad mal! Passt nicht ganz rein! Hä? Der ist doch schon tot, oder nicht? Wieso kann er gar nicht Wanda rufen? Äh, wie jetzt war's jetzt? Ich bin verwirrt. Nee, warte mal, hat Andi grad gerufen? Weil es hat sich grad voll wie Hans Kanz angehört. Nein, nee, warte mal, Andi redet vor wie er ruft. Andi ist noch am Leben und Andi lebt auch noch gut. Das hab ich grad vorher gesehen, das hat sich voll wie Hans Kanz angehört. Die Stimme. Warte mal, Andi lebt noch. Aber er hat Wanda rufen. Wanda lebst du noch? Wanda lebt noch. Wanda lebt auch noch. Wanda lebt auch noch, wir haben alle drei zusammen. Wanda, Wanda wurde wiederbelebt. Ja, genau. Das ist schön. Aber er wurde nicht wiederbelebt. Bis auf Wanda. Es ist nur Wanda tot gewesen. Oh, weg, 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 weg. Wanda ist als Eins da überlebt. Okay, fuck it. Grievous. Das ist auch immer zu sagen. Wundervoll. Ach Grievous, wo bist du jetzt hingegangen? Ihr müsst unbedingt Quimics draus machen. Oder macht ein Intro oder so. Habt ihr grad gesehen, wie der DNA-Scanner hier grad voll durch die Augen geflogen ist, weil die festgemacht hat? Hast du das Geräusch gehört, was der DNA-Scanner gemacht hat? Hast du das denn gemacht? Hahahaha. Hahahaha. Oh Grievous, bis zum Trader-Raum. Hahahaha. 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 Hahaha. Hahahaha. Hahaha. Was wollte Andy.. Hahaha. Hahahaha. Was wollte Andy da eigentlich sagen? Hahaha. Loll, der fährt doch halt eine Tür mit runter und nicht andere. Ganz ruhig, nicht hyperventilieren. Alter, was? Was macht ihr da? Alter, die Sword-Off hat zwischendurch so cool da und das nervt. Oh, mein Herz. Die Cheat war gut, oder? Das war diesmal nicht so wichtig. Leute, nach der Runde wird Pause gemacht und das Nachkörper rausgeschnitten. 10 Stunden Version. Oder auf Soundboard gelegt. Mach eine 10 Stunden Version. Ja, und unsere Nachmachen dazu am besten. Diese unterschiedlichen Stimmlagen zu einem alle meine Entchen oder so. Super Mario. Warum gibt eigentlich Andy deinen Kommentar nicht dazu? Weil er das halb so lustig fand, weil wir ihn alle nachmachen jetzt. Weil wir ganz schön Böse sind. Dann die Böse. Ohhhh. Ja, das sind alle gemutet. Ja, ich glaub's auch. Das sind alle ganz böse zu unserem Achö. Nein. Ach so schön. Achö. Das Schlimmste hab ich eh gemutet, also von daher ist alles offen. Achim. Ja, Achim hab ich gemutet. Achim. Hallo Achim. Ey, bitte nicht anschießen. Oh komm. Du hast gelegt. Ey, Hans. Ah, Grievous. Hans wird, Hans wird feucht mit mir. Ne, Wampfer ist es ja. Das erklärt einiges. Ja. Wenn ich tot bin, ist es Wanwa. Wenn du lebst, ist es auch Wanwa. Haha. If you go in to live, it is Wanwa. Lol. Ach, getesert. Andi. Ne, das ist es nicht hier. Ich hab... Kein Koppeltauf. Oh, ich schieße. Hi. Ey, Leute. Hat jemand hinten am Schacht vorbeigegangen? WTF. Wer? Ich was. Ich hab aber mit... Ich hab gedacht, ich kann anwesieren, ja. Was hat's kann so umgebracht? Ja, der hat mir Schaden gemacht. Das ist einfach schuld. Hä? Ja. Du Idiot, ich steh neben dir. WTF, 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 WTF. Das ist äh... Ich verfolge den Täter. Nachreide. Nachreide. Es ist Ekse. Ey, ich nicht. Doch. Ist es. Willst du noch Punkte gucken? Oh, ja. Oh, Mann. So Ekse hat wahrscheinlich wieder ausgelassen. Guck mal, ich hoffe, Hans, kannst du dich noch ausgefischt? Wollt ihr ihn haben? Ich hab ein Advanced Skiesel. Ich weiß nicht, was ich damit als Inno anfangen kann. Wirklich nixen. Äh, nicht viele. Ja. Na komm, ich trag dich mal spazieren. Oh, da ist eine unindifizierte Leiche. Das ist Hannes Kranz. Die habt ihr umgenietet. Gibt es dir? Äh, ups. Seid wann das? Ich hab gerade... Das war Ekse. Ich hab echt mitgekriegt, dass der umgenietet wurde. Ja, das war Ekse, tatsächlich. Und was wurde der umgenietet? Warte mal. Ich auch mit dem Baby. Geh weg, geh weg. Wir wissen, wie er umgenielt wurde. Äh... Irgendein spezieller Terroristen. Oh, 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 oh. Ich wurde vergiftet. Das muss Andi gewesen sein. Es war ein Hapur. Ich bin vergiftet. Andy stand neben dir. Ja, aber nichts heißt. Andy hat's bestimmt nicht gemacht. Ja, ich habe auch gerade mit auf Johanni geguckt, hier hinten ist gerade irgendwas los. Was soll ich denn jetzt tun? Hanni! Ich weiß nicht! Ich kann doch leider keinen Kip kaufen. Oh, da ist ja jemand! Wer? Da ist unser Verbrecher! Wer? Wo? Gichti! Wieso will der in dem Moment die Polizei ausbauen? Da! Gicht! Hier! Hier! Schnell! Wann mal überlebe! Gichti! Gib jetzt! Komm her! Was soll ich denn tun? Die Runde ist vorbei! Habt ihr es nicht gecheckt? Oh! Tatsache! Die Runde ist tatsächlich vorbei! Ihr habt es auch gar nicht gecheckt, dass die Runde vorbei ist! Da steckt gar nicht los als Win! Warum ist es denn? Ja, weil das Pop-Up nicht mehr kommt vom Kopf! Ja, bei mir ist es stimmt! Bei mir kam es gerade auch nicht! Stimmt! Es kommen schon in drei Runden nicht oder so! Vielleicht wegen Haste-Mode? Vielleicht wegen Office? Nee, davor kam es doch eigentlich! Nee, nee, dann wegen Office Plus! Office Plus! Ja! Es gibt halt Minus auf! Ja! Nein, der war nicht so geil! So wie das iPhone 6 Plus! So wie das iPhone 6 Plus! Das ist ein Minus! Wann war ich jetzt eigentlich geschafft abzuhauen? Weil ich im Schacht um die Ecke wäre das Problem war! Ich habe kurz einen kleinen Schlenker gemacht, der mir dann alles kaputt gemacht hat! Was? Was? Weih! Weih! Gibst du was? Ja? Hä? Du kriegst die Golden Diegel wieder mal! Oh ja! Schön! Der ist ja eigentlich gerade neben mir! Ja! Schieß auf mich! Nein! Oder für Hanni! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier in Hanni! Was? Nee, passt schon! Alter, bei mir ist die Map hier total fucky! Wo bist du, Hanni? Warte mal, das verhaube ich hier! Schieß bitte nicht auf mich! Nein! Bitte nicht auf mich! Bist du unten oder oben? Warte, ich komme in den Fahrstuhl! Ich komme in den Fahrstuhl runter! Oder geh ich? Nein, bin ich nicht! Ich bin's nicht! Dann ist es Hanni! Du hast mich angeschossen, du Typ, Alter! Na, ich hab den Wind frei geschossen! Andi, du hast mich eben letzte Runde auch angeschossen und ich hab nix gesagt! Ich seh nichts! Egal! Johanni? Ja? Ich bin gerade unten, falls dir das was bringt! Wo unten? Ah, ich steh hinter dir! Ich steh hinter dir! Warte mal, ist jetzt Andi oder geh ich? Was wird das? Gar keiner von uns beiden normalerweise, weil Andi hat dich weiter geschossen und ich auch nicht! Andi hat aber fast keinen Schaden bekommen, anscheinend nur 6 oder so! Ja, ich bin doch bei 43! Baller! Ja, ich hab ne MP7! Ich hab ne MP7! Sorry! Das könnte Gicht gewesen! Ja, nicht schlimm! Nein! Gicht ist oben! Ich bin ja gerade aus dem Wind gekommen! Ja, da war's oben! Ich hab mich... Andi, es ist Andi! Andi, okay! Das ist doch Andi! Was? Hä, ich bin unten! Aber erstmal ich mich verdächtigen! Wo? Ich bin gerade da! Warte mal! Ich kann euch zeigen, wo der war! Kann ich nicht! Ach nee, ich bin das! Der ist hier eben entgegengekommen! Der ist hier lang! Wo ist er? Du bist fällt oder was! Ah, hier ist er nicht! Ich bin gerade... Der ist nicht da runter, er ist im Traderraum! Der ist wahrscheinlich hier durch den Schachlich! Ich bin im Vorstuhl, du Depp! Echt? Ja! Ich bin runtergefahren! Hey! Hinter mir! Okay, okay! Dann der Silber! Jetzt bin ich hier! Hier! Da ist doch Andi! Ja! Möonstigen hier Ben, Bin! Wander! Wander! Ja! Hier! W Bryce! Darf ich noch mal mit das goldene Video reinschießen in das Kind?! Hier! Ich habe ein med-kin! Ok! Tuch! �! Ah, egal! Ey, du musst aufladen! Hallo! Hallo, was ist denn da? Hallo! Ich finde, wir könnten schon mal RTV machen. Okay, wer hat denn da schossen. Das war mit der Double Barrel. Mit der Double. Ist das doch. Hä? Jetzt kannst du mich erschießen, Joani. Scheiße. Und wo? Ansoff. Nein, nein, nein. Scheiße. Die Rollen war eh over. Mann, Mann. Was denn? Ich hab ne Autosniper nur gerade. Und? Ich war zufrieden, wie gesagt, der hinter mir schacht ist. Und dann hab ich Grievous gerufen und das hat keiner gehört. Ja, Junge, du warst nur tot. Ich war nicht tot, ich hab deinen Namen, sobald ich deinen Namen gesehen hab, hab ich gerufen. Ja, der war tot. Als ich den Namen gesehen hab, bin ich einfach nochmal spontan wiederbelebt worden. Ich bin Gott. Oh Mann, ey. Ich bin Gott. Oh, war ja. Letzte Runde ist das jetzt kaum. Haben wir schon RTV? Mach ich jetzt. RTV! Und Dings ist runter, äh... Hans, der kann's. Nicht, weil er runter ist. Nicht, Grievous. Ich war gerade, ich glaub nicht, dass ich nochmal werde. Ach ja. Das war echt geil, ich schieß den Eindosfenster. Ja. Wann war schießt dann erst noch auf den Rest hinter ihm. Ey, Johanny. Ich hab bloß das Fenster kaputt gemacht, keine Sorge. Ganz ruhig. Ich hab Angst. Grievous. Auf einer anderen Map ohne Wann war. Weil Wann war ja dann weg, wo's. Bam. Ach, tatsächlich, ich lass den Server aber an, ne? Ey, Johanny gerade. Noch eben schon. Ich bin nicht schon. Ich weiß. Okay, einer ist durch ne Double Barrel gestorben. Ja! Der Territor! Der Territor! Der Territor! Andi ist Proven! Ich hab gesagt noch. Ich hab schon. Ja. Ich hab reingeguckt, jetzt aber, äh... Grievous, nein. Grievous, nein. Grievous, nein. Grievous, nein. Grievous, nein. Grievous, nein. Wir haben noch Gicht. Wann war, komm. Ja, ich bin aufm Weg. Wenn da noch Punkte drin sind, sind Andi und ich beide Proven. Weil ich auch rein... Weil ich auch... Das waren wir. Äh, zwei Credits. Okay, Andi und ich sind Proven. Das heißt, Grievous oder Gicht? Äh, ja, dafür kann ich doch ne goldene Dingster kaufen. Ja, mach das. Ja, gib sie mal Grievous. Erstmal, muss hier jemand geheilt werden? Nö, nö, alles in Ordnung. Ich hab ihn gewarnt, weißt? Warte, 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 Warte. Warte, 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 Warte. Und die sind alle auf diesem Stockwerk. Einer ist da hinten bei den Traderräumen. Ehm, Dickster. Schrägstrich. Ja, Traderraum. Pass auf, dass du da nicht durchgehst. Warte, 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 Warte. Der kann was explodieren, ne? Er ist da nicht durch. YOLO nennt sich das YOLO. Ah, der ist hier. Gicht ist hier. AFK. Hau mal rein. Ich will mit der Golden Eagle. Schieb der Golden Eagle auf ihn, Grievous. Ja, ja, ja. Hada. Verdammt. Hada. Ah. Er war. Hada. Hada. Witter, Witter, Witter. Black. Black. Und ich konnte Wanderer töten. Schöne Runde. Ja, leck. Ach, die Runde war vorbei. Ich dachte schon. Ja, das wird immer nicht angezeigt. Bei der Map hier. Was ist mit RTV und so? Nur mal so als Frage. Stimmt. Das wird anscheinend auch noch mehr gemacht. Es wurde nicht komplett gemacht. Ja, doch. Doch. Sogar 5 und 4. Okay, dann musst du wohl mal einen Server starten. Ja, ich mach da mal einen neuen Server. Achso. Wollen wir auch mal ciao sagen? Dann würde ich sagen, ciao. Oh, tatsache.